Aufregelastung im Country Let's Play Part 16 glaube ich. Kathi. Kann sein, ja. Kathi, hier. Ja, Kathi, hier. Hier. Yannick und Kathi haben ihm im letzten Part sehr viel überleben übrig gelassen, deswegen bin ich jetzt ein bisschen genehmigert. Ja, jetzt sind wir das wieder schuld. Das Level war ultra schwer, jetzt sei doch froh, dass wir es geschafft haben. Jetzt kannst du, äh, Manic-Maincas machen. Ja, Mama. Manic-Maincas. 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 Böse aus. Oh, cool, ein Leben. Und mal wieder die Bisamratten. Oh, Beyblade. Wir kriegen immer die Beyblade. Ja, Mann, immer weiter. Das ist ein Schicksal. Wir müssen es mal wieder weg. Every day I lieb die Beyblade. Ja, das ist gut. Also, ich meine, das ist so eine Art Zeichen wahrscheinlich, dass wir uns mal wieder ein Beyblade kaufen müssen. Ich glaube, oh. Aber die müssen wir dann richtig upgraden, dass die auch so Spikes haben, ne? Ja, auf jeden Fall. Nocerous. Kannst du die Beyblades damit töten? Rambi, Rambi. Nein, kann ich wahrscheinlich nicht. Ich will es nicht ausprobieren. Der ist mir lieb und teuer, der Typ. Warte mal. Magst du, dass ein Renoceros... So, so. Oh, Ulf. Magst du den lieber als mich? Den Rambi? Ja. Rambi. Ja, wie, lieber als dich. Weil du gesagt hast, der ist mir lieb und teuer, der Typ. In diesem Spiel. In diesem Spiel. Ja, vergessen wir das einfach. Ja, bitte mehr. Oh, renn einfach durch. Das ist eh Kamikaz-Kommando, ey. Ach, Quatsch. So lebensmüde bin ich jetzt auch nicht. Dafür ist mir der Rambi viel zu viel. Genau, ich bin nicht lebensmüde. Ich renne durch ein Level voller Spike Beyblades. So, bitteschön. Das läuft doch ganz gut, oder? Ja? Ja, bis jetzt schon. Haben wir einen Side-Point erreicht? Nee, noch nicht. Oder die Hälfte? Du darfst doch nicht sterben. Boah, die sehen echt dumm aus, ne? Hallo, ich kann mein Mund nicht dumm machen. Hallo, ich hab das tolle Versuche. Hallo, die Granade. Das waren die guten Jakob Max, Mann. Ja. Okay, Jakob, tschüss. Und nochmal tschüss Jakob. Marvin hat noch nicht gesehen, ne? Ne, Marvin noch nicht. Marvin hat die ganzen Dinger geschossen. Ich glaub auch. Ja, da ist ein Marvin. Ne, das ist eher, äh, ich weiß auch nicht, Klo. Lass. Aaaaah! Ja, bringen wir einfach irgendwie wieder Leute hier rein. Sein Laufhörner war unsere Kommilitonen zuletzt. Ja, wirklich. Oh, was ist das denn? Äh. Hallo. Ist das ein Bonus-Level? Die Musik ist nicht so Bonus-mäßig. Scheiße. So ein Level gibt es auch bei Super Mario, da war ich voll gut drin. Mit so Walzen. Okay, wir haben einen KG. Wir haben eine Kommanditit-Gesellschaft. Kommandit-Gesellschaft. Okay, jetzt einfach mal wieder ins Ungewisse springen. Da hast du eine Super-Bisam-Ratte. Da haben wir wieder den Flow und... Der Flow. Der Flow. Okay, und jetzt, was machen wir jetzt? Und... Zack! Hüpp! Exit! Erstmal! Hey! Hey! Hier! Hier! Down-ho! Down-ho! Was sieht nach Mine aus? Mist... Misty-Mine! Misty-Mine! Ich muss das ein safe machen, Leute. Ich habe leider nicht mehr so viel... Zeug. Safe, bitteschön. Danke! Ich muss ein safe machen, weil Kati wird auf jeden Fall sterben. Das ist keine Minen-Level. Das ist keine Minen-Level. Ich dachte, das wäre so ein Dings-Level, wo man... Ja, also... Ich dachte, wo man mit so einer Achterbahn fahren kann. Ich wünsche mir das so sehr. So sehr. Ich habe einen Traum. Und glaube fest daran, dass ich für mich mein Wunsch trau. Schon nur Welt erfüllen kann. Ich vermess die nahe. Und bitte mehr Dinger. Ich laufe einfach nur durch, weil ich Angst habe zu sterben. Ja. Okay. Das war das letzte Mal bei 2. Welt. Das ist Stop & Go Scheiße. Da mit diesen riesigen, gruseligen Viechern, die man töten kann. Viel mehr Schlangen. Viel mehr Fässer, die Schlangenpusten. Das war geplant. Das war trotzdem ziemlich gut. Ja, auf jeden Fall. Folgt dieser Natter. Ja, sie verfolgen mich. Schon die Hälfte geschafft. Ich bin da drauf gesprungen. Hallo. Ja, ist egal. Wirst du sie suchen und sie verkloppte? Das ist geil, du kommst gut voran. Ich bin stolz auf dich. Bitte lobe mich nicht. Wenn man gelogen wird, dann stoppt man. Du bescheiß das nicht. Was bescheiß? Kannst du das aber sagen? Du bescheiß das nicht. Du bescheiß das nicht. Du bescheiß das nicht. Du kannst gar nichts. Komm schon. Hier geht es nicht weiter. Ich habe gedacht, da wäre ein Abgrund. Ich hatte einen Seefehler. Tut mir leid. Geh zum Exit. Geh zum Exit. Geh zum Exit. Das Exit hat deine Mutter beleidigt. Achtung. Ja. Ich glaube nicht, dass es dafür war. Aber naja. Vielleicht kann man mit den TNT Fesseln auf diese, ne? Da wo die rauskommen, einmal Arsch machen. Es lief so gut. Ja, schade. Aber naja. Vielleicht gucke ich mal. Ich habe das jetzt. Ja, stimmt. Ich habe gar keinen Bock mit einem Affen. Mit einem Affen macht es nicht Spaß. Das sind zwei Affen. Du hast jetzt Bock. Ja, jetzt habe ich Bock. Boah, jetzt ist der Bock richtig am Bock, ne? Biber, Brüder. Nein. Ey, Oli, wir haben unsere Lieblingsmusik noch gar nicht gesungen. Welche denn? Okay, das ist gut. Das können wir jetzt 10 Stunden so weiter machen. Oh, du kleiner Donkey Kong. Der ist so ein großer Affe. Und der Dedikon auch. Und die Krokodile kommen gern aus dem Fass. Und jetzt kommen die blödesten Viecher der Welt. Aber die... Ey. Da kann man so viel machen. Oh nein. Nein, bitte mehr. Nein, da kommt er runter. Vorwärts. Vorwärts. Von allen Seiten. Bitte mehr. Scheiße. Oh Gott, ja, bitte mehr. Ja, ja. Renn. Pass auf, da kommt noch irgendwas. Ne. Renn, renn. Wiii. Waa. 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 Nice. Okay. So. Jetzt wieder ein Safe. Und, äh, ist mir jetzt egal wie lange der Part geht. Wir werden jetzt beenden und jetzt erstmal ins erste Level zurückreisen mit Funky's Flights. Um da ein paar Läden zu holen, weil Leute, ich hab keinen Bock mehr, das ist mir zu viel Stress, ja. Das ist mir echt zu viel Stress. Ich werde jetzt hier, ihr dürft es sehen, wie ich mein Flugzeug ins erste Level zurückbewege und... Ja. Das müsst ihr jetzt nicht mit angucken. Das müsst ihr wirklich sehen. Das ist deformierend und entwürdigend und wir schämen uns. Aber erlaubt. Wir schämen uns. Ja. Also, bitte. Ich bin schon ganz roh. Wir schämen uns. Ja. Wir schämen uns ganz doll. Wir schämen uns. Wir schämen uns. Schämen. Tschüss. Ciao.